ARD Text im Auftrag von Funk Okay, also ein Fall für das HLF, fährt einzeln raus, wenn noch einer übrig bleibt, fehlt der ELWI auch mit, fährt der ELWI auch mit, sag ich. Ja, das sieht doch gut aus, oder was sagt ihr dazu? Der erste ist schon da. Wo kommen sie denn angelaufen? Suchen wir sie doch mal. Da kommt einer angejoggt. Das sind zwei hintereinander, da ist das der von ihm? Ich glaube. So, oh, 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 hallo, ich hab da was gedrückt. So, ähm, wäre fast ausgegangen. Da, dass da drauf ja nicht so viel passiert, sondern alles hier auf dem Bildschirm. Kann das schon mal sein, kann das schon mal sein, vorstellen, ist das immer noch der erste? Schau, merk und würdig. Was ist es würdig, sich zu merken? Okay. Sieht man hier jetzt schon AGT oder so? Ne, ne? So, du machst das HLF fertig. HLF. Das HLF. Kannst du das aber, glaube ich, noch drin stehen lassen. Na, was ist bei euch los? Oh, der bleibt aber auch schön stehen, damit der nicht mehr parken kann. So, ihr könnt da schon mal reinhüpfen. Ist ja bloß ein Müllcontainer. Bloß ein Müllcontainer. Bloß ist gut. Daraus kann auch eine ganze Hausreihe anfangen zu brennen oder was weiß ich. So, schon mal ein bisschen Blaulicht an. Status 3 schon mal durchgedrückt. Wir wollen hier eine super Ausrückezeit haben, ne? Nein, Scherz. Also doch, super Ausrückezeiten sind super. Irgendwie logisch. Sie heißen ja auch super Ausrückezeiten. Ich hab wieder bei den Talber nicht gestartet. Egal, egal, egal. So, wo ist er denn? Uhr, Stopp, Uhr, Start. Reicht. Passt, wackelt und hat Luft. So, da noch. Zack. Zack. 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Sehr schön. Hier, der Gruppenführer ist wieder der langweiligste. Der langsamste. Mal aufpassen, was ich hier sage, Leute. Na los, komm schon. Wir warten alle nur auf dich. Kommt da noch irgendwo wer? Nö, ne? Da hat er jetzt geparkt. KI, I love you. Ist hier noch irgendwas? Nö. Weil hier drinnen verstecken sich auch gern mal noch so. Beim letzten, also wer die letzte Folge geguckt hat, hier waren drei Leute drin. So. Hopp, 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 hopp. Fahrzeug 9 hört. Na komm. Na lauf. Na komm, na lauf, na komm. Na komm. Na lauf. Und raus. Na komm. Über den Wegwerk 11 und der 20 ist auf. 20 ist auf. Ach, nicht zu oft. Sehr schön. Und das um die Uhrzeit. Das ist wahrscheinlich auch eine Feuerwehr, die für so eine kleine Einsätze keine Nachwuchsprobleme hat. Obwohl, um die Uhrzeit ist immer alles voll besetzt. Stimmt. Und eher so gegen 12 in der Woche ist hier Nachwuchsprobleme. Beziehungsweise keine Nachwuchsprobleme. Wir sind auch an sich genügend in der Wehr. Bloß sie arbeiten alle außerhalb und bräuchten mindestens 20 Minuten bis zum Gerätehaus. Das ist das Problem. Heutzutage. Wenn man in der Stadt in der Feuerwehr ist, wenn man denn noch einen Arbeitgeber hat, der das toleriert. Was will man mehr? So, wo brennt der denn? Oh, oh. Oh, oh. Weil ich hab jetzt hier gleich den Baum gesehen. Eine Nachricht. Oh, es war Juno. Ja, schön. Schön. Hierhin, Verteiler. Ein C sollte reichen. Schon wieder eine Mücke. Alter, bleibst du hier? Oh. Immer das gleiche hier. Mit dem Mücken. Mit dem Mücken. Guti. Warten wir mal auf das Auto. Auto. Ich hoffe, die Container sind leer. Container-Dienstmüll-Entsorgung. Container-Dienst-Müll-Entsorgung, glaube ich, ne? Oh, meine Nase. Oh. Buh. Dieses Gefühl, wenn man niesen muss, aber nicht niesen will. Es gibt ja dieses Gefühl, wenn man niesen muss, aber nicht kann. Und dennoch, wenn man niesen will, aber nicht muss. Oder wenn man niesen muss, aber nicht will. Jetzt habe ich mich gerade selbst aus dem Konzept gebracht. Aber ihr wisst schon, was ich meine, oder? Und wenn nicht, ist es nicht mein Problem. Okay. So. War noch eine Pylone. Mit oder ohne Leuchte. Und für die ohne Leuchte gibt es noch welche mit. Hier so Baustellenabsicherung. Ah, guck mal, das ist ja geil. Der steht gleich da und winkt. Da steht der Nächste und winkt. Das ist natürlich top, ne? So soll das sein. Hier sind schon die Schaulustigen. Was ist denn da? Oh. Irgendwie habe ich das Gefühl, ein C reicht doch nicht mehr. Oder? Wollen wir es mit einem C versuchen? Ah. 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 Da kommen wir. Da kommen wir. Da kommen sie. So. Status 4. Die haben schon Sichtkontakt. Geben gleich eine Rückmeldung. Haben sie sich schon direkt angeguckt. Gucken, bis wo er fährt. Ich lasse ihn mal einfach fahren. Vielleicht stellt er sich ja direkt richtig hin. Alter, komm schon. Hallo, ich habe einen Sprechwunsch. Sonst drücke ich den Null. So, absetzen. Erste Lagemeldung. Feuer. Brennt. Ja, was ist das? Brennt, ähm. Müllcontainer? Container? Müllsammelstelle. Das hört sich doch schon mal gar nicht mehr so verkehrt an. So, du holst ihn in den Schlauch, denn hier müsst ihr doch, oder? Nee, doch. Standröhrchen. So, wo ist der Verteiler-Man? Verteiler-Man. Verteiler-Man? Da ist der Verteiler-Man. Zack, du kannst direkt da ankoppeln. Du setzt schon mal gleich das Standrohr. So, du an den ran. Du an den ran. Alter, der geht aber auch gemütlich. Ja, brennt ja nicht, ne? Brennt ja nicht. Du kannst ja gleich noch ein PA aufsetzen. Ich würde mal sagen, wir nehmen doch drei Trupps. So, du gehst nach da hinten, verhinderst die weitere Ausbreitung und du gehst vor. Und der Rest geht nur mit aus dem Gefahrenbereich aus. So, in das Gebäude kann man augenscheinlich nicht. So, komm. Geh mal Rinder in die Linder. Oh. Darth Vader ist in the house. Hört ihr ihn? Hört ihr ihn? Der sollte da eigentlich ganz gut klarkommen, theoretisch. Theo und Rehtisch. Theo, auf dem Rehtisch! Gut, dann machen wir aber wieder ein bisschen schneller. Das ist ein schöner Einsatz, finde ich. Oh. Lass mal den Baum. Tam, 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 tam. So, guck mal. Haben wir das da schon mal? Ja, ich würde sagen, Feuer unter Kontrolle, mehr Rohre. Jo, passt. Äh, schon. Oh, Hilfe. Falsche Taste getroffen. Nicht die rechte Maustaste, sondern die mittlere einfach mal runtergescrollt. So, du gibst nur wieder eine Rückmeldung. Hätte auch der Melder machen können oder einer von denen, die hier rumstehen. Weitere Lagemeldung. Feuer unter Gewalt, mehr Rohre. Feuer unter Kontrolle, Seite Rückmeldung, folgende Einsatzschule kommen. Boah. Höh. Feuer vor dem Mann, unter Kontrolle, folgende Einsatzschule kommen. Perfekt. So, machen wir mal ein bisschen schneller. Der GIF kann, äh, der GIF kann auch gleich wieder aussteigen und soviel dazustehen. Gaffer. Ach ja. Das macht ihr schön, Jungs. Ich freu mich ja schon auf, ähm, Bigback 7, wenn die hier nicht mehr durchgängig löschen können, sondern bloß noch, sag ich mal, ja, hier Luftgehalt und so, ne. Dass sie bloß noch, dass sie nicht unendlich Luft haben, sondern nur, keine Ahnung, für 10 Minuten oder so. Also 10 Ingame-Minuten oder so oder eine halbe Stunde Ingame. Wenn man es realistisch will, so 25 bis 30 Minuten. Kommt ja auf die Arbeit an. Wenn sie das noch mit reinnehmen, was sie gerade machen, ne. Dann bin ich begeistert. Weil daher, dass sie ja meistens bloß löschen und nicht arbeiten. Nein. Löschen ist auch arbeiten, aber ihr wisst, wie ich es meine, so. Wir müssen ja jetzt keinen nicht anstrengenden Raum durchsuchen oder so. Das meine ich jetzt. Ich bin nicht fest, was ich meine. Ja. So. Sehr schön. Gut, Feuer gleich aus. Das war ein, also das war ein schöner Einsatz, fand ich. Oh. Lösche mal den da. Du lösche mal den da, bevor der sich hier weiter ausbreitet. Rattau. Und du versuch mal an den da hin. Nein. Oh, du sollst ja doch nicht hinlaufen. Du sollst an den rankommen versuchen. Was rennt der da hin? Versuch das zumindest. Das ist doof. Na, habt ihr es unter Kontrolle, ihr beiden? Nein. Was tust du? Du sollst da löschen, nicht da hinlaufen. Alles muss man in Doppel und Dreifach sagen. Aber ich will jetzt nicht unbedingt, dass es hier sich weiter ausbreitet. Das muss nicht unbedingt sein. Weil es mittlerweile kein Containerbrand mehr, sondern eine Baumgruppe. Ah, ha, ha, hallo. Nein. Böse. Aus. Lösche mal den da, bitte. So, ich lösche jetzt einfach mit beiden Hühnen. Dann passt das. Dann sollte das gehen. So, ich koordinier das mal hier so halbwegs. Also ich tue mein Bestes, heißt das. So. 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 Ich würde sagen, wir haben es alles im Griff, oder? Wir löschen uns jetzt von da nach da zurück. Der kann da ein bisschen die Bäume retten. Versuchen jedenfalls. Aufgenommen, weiblich, kranker aus Wegberg. Verstanden. Begleitet abgerlich. Abgebrannt, oder auch nicht. Nein, das kann der W3, frei kranker aus Wegberg. Ja, verstanden. So. So. Machen wir mal ein bisschen langsamer hier. Wie langsam das auf einmal aussieht. Gut. Alter, das ist mir ja gerade viel zu langsam. So ist gut. So sieht das aus, als wenn das so soll. Hm. So, Mann. Gut. Du kannst schon abschließen, abschließen, abkuppeln. Du kannst schon mal dein Ding wegbringen. Ja, oder hätte ich ihn doch noch damit... Nee, das schaffen sie, das schaffen sie. Gut. Gif. 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 Du kannst wieder einsteigen und einmal 5 drücken. Du kannst dich schon mal wieder umziehen und irrenn. Wegberg 11, HLF 20, vor der Schildkarteisberg. Einsatzabschlussmeldung. Brandeinsatz. Feuer gelöscht. Die tausend Einsatzkräfte, die bei diesem Brand dabei waren. Dabei, dabei, dabei. Dabei, dabei, dabei. So, du kannst deine Klappen schon mal schließen. Nein, doch noch nicht. Egal, ich hoffe, sie machen wir nicht wieder auf. Ansonsten... Ja, toll. Ähm. Das war doof. Egal. Fällt keinem auf. So, das macht nix, das macht nix. So, was gibt's in dem Gerät rum? Wir versuchen es einfach mal loszufahren. Vielleicht fährt er ja mit los. Ansonsten muss ich nochmal alle Geräte aufmachen und nochmal zumachen. Das wäre doof. Und ich muss niesen. Heu, 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 laddie Waldfee. So, Status 1. Und Abfahrt. Ja, sehr schön. Guti. Heinsberg, NNF1 von Neuschelde kommen. Heinsberg, NNF1 von Neuschelde kommen. Heinsberg, NNF1. Das ist auch immer hier alles sich drüht. Guti, meine lieben Freunde. Bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Und ja. Hau rein. Tschüss. 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 Tschüss.